Hallo ihr Lieben, nein, ich kann das nicht. Kennt ihr diese Leute, die immer so voll übertrieben sind? So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu SoWendigo! Es geht! Also, hallo ihr Lieben und willkommen zu SoWendigo! Ich habe heute eine E-Mail bekommen und da war, was stand da drin? Irgendwas, dass dieses Spiel veröffentlicht wurde. Aus irgendeinem Grund muss ich es bei Greenlight, also Steam Greenlight, die haben ja immer so, wo man für Indie-Spiele oder sowas abstimmen kann. Aus irgendeinem Grund muss ich dem Spiel gefolgt sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau warum. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe es mir jetzt einfach mal gekauft und dachte, wir schauen mal zusammen rein. Die Mucke ist ja schon mal sehr prägend. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich es das erste Mal angemacht habe. Aber okay, na dann schauen wir mal. Play Game! The Wendigo, bla bla bla, ja, Performance, Graphic, Audio, enjoy log. Aha, aha, our team, aha, aha. Was, 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 was? Backer on the system, my opinion ones, then going search the house for science. Aha, okay, die Vorgeschichte. Okay, da sind wir. Hold E. Was, move mouse to open console. Hold E. Move mouse. Hä? Halte E, bewege mouse. To open console. Ich halte, ich halte E und ich bewege die Maus. Aber nix console. To open and close, nicht console. Aber was open and close? Was ist, hä? Okay, also das ist der Van, mit dem wir angekommen sind. Ich kann hier, äh, mich gar nicht umgucken. Ich kann da nicht raus. Ich muss mich einmal umdrehen und da ist dann wahrscheinlich open and close. Ah, okay, verstehe. Ich greife quasi mit E und dann mit Maus nach vorne schieben und nach hinten öffne und schließe ich die Tür. Was eigentlich ganz geil ist, weil dann kann man, wenn die Tür, also so nicht durchsichtig ist, so... Uh, nein, ich gehe doch nicht. Uh, nein, ich gehe doch nicht. Ah, okay, das ist, okay, das ist ganz cool. Okay, und hier haben sie schon Kameras installiert. Pick up the IMF-Detektor. Wahrscheinlich das Ding da auf dem Tisch. Erstmal checke ich hier aber. Blink, 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 ja. Ja, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Okay, wir picken mal ab. Pick up! Äh, okay. Collection 10 Recorders, oder Collect 10 Recorders. Holt Q to use EMF-Detektor. Und entkommen aus dem Haus. So viel dazu. Also, wir haben 10 Aufzeichnungen irgendwie. Was ist denn mit Q? Zeigt er uns so paranormale Aktivitäten an? 9 Uhr 1. Wir haben ja gelesen, 9 Uhr AM. Oder PIR, was, was? AM is that morning, ne? Wird's wohl eher PM gewesen sein. Okay, wir müssen anscheinend diese 10 Sachen da aufsammeln, weil wir haben da 0 von 10. Das ist schon 9 Uhr 3. Warum ist hier ein Teller kaputt? Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst vor Jumpscares. Alter, die ganze... Was ist hier los? Schieb mal wieder rein da. Können wir da irgendwas machen? Nein. Da haben wir auch nichts. Haben wir eine Flash? Oh, Alter, wir haben eine Flash. Wie geil. So was sagt er uns nicht, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Also ja, ich weiß schon, glaube ich, aber... Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich liebe so was ja. Spiele blind zu spielen, ne? Ohne vorher irgendetwas davon zu wissen. Warum bewegst du dich? Ist das normal? Der sieht nicht so aus, als wenn der elektronisch wäre. Vielleicht haben wir hier einen leichten Durchzug. Okay, hier haben wir hoffenweise Bücher. Scheint hier so eine Art Bibliothek zu sein, ne? Alter, ist so ein fettes Herrenhaus hier, ne? Ah, geht die Uhr richtig? Ne. Meine Uhr geht anders. Jetzt ist die Frage, welche Uhr geht falsch? War der vorher auch umgekippt? Draußen regnet es. Ich bin ja ein bisschen froh gerade, dass ich hier drinne bin. Nicht bei diesem Dreckswetter da draußen. Das leuchtet sehr schnell. Oh Gott, ey, wenn da jetzt was langkuschen würde. Okay, wir gucken uns mal weiter rum. Okay, da geht es um die Ecke. Ich dachte, hier geht es nicht weiter. Aha. Ich würde gerade sagen, die Flash brauchen wir hier nicht. Schon wieder ein kaputter Teller. Oh Gott. Guck mal, sieht aus wie von Resident Evil die Pflanzen, ne? Können wir damit was machen? Letztendlich gab es auch mal grüne, rote und blaue Kräuter. Grün und rot kombiniert. Hast du eine Dreifache Heilung bekommen? Und... Wieso? Interact. Die Taschenabwehr flackert ein bisschen. Oh, Interact. Ich interakte. Ach, und da haben wir eine blaue. Ist wirklich eine Anlehnung an Resident Evil. Wie cool. Cool, cool. Hier haben wir eine Uhr. Taschenuhr. Da. Da haben wir eine Aufzeichnung. Oh Gott. Pick ab. 1, 2, 1, 2. Testing. 1, 2, 3. Ist das auf, mate? Es scheint nicht zu sein. Wörtlich. Was war das? Wer war das? Da war irgendwas mit ihm im Raum. Es war recht leise, aber es ist schon auf 100. Ich hoffe, es geht in der Aufnahme klar. 1, 2, 1, 2. Okay, warum stand... Achso, das steht einfach nur da, damit man weiß, man kann damit interagieren. Können wir die auch zumachen? Ich werde mal gucken, ob da was hinter ist. Oh, Gott. Ein bisschen dran gewöhnen hier an dieses Auf- und Zumachen mit der Maus. Okay, man kann auch springen und rennen kann man, glaube ich, auch. Ich habe nur gerade mal gecheckt, ob alles läuft. Weil ich hatte wohin ein paar Probleme mit dem Audio. Können wir auch crouchen, ja. Okay, da können wir auch noch durch. Dann gehen wir aber erst mal hoch, bevor wir hier irgendwelche Türen öffnen. Würde ich mir ganz gerne erst mal... Gott, diese Statuen. Alle Räume angucken, die momentan offen sind. Ach, guck mal, hier können wir auch, ne? Nee. Nee, das sah so aus, als wenn die so leuchten würden. Aber die sind einfach nur blitzeblank poliert. Klavier. Hier haben wir noch einen offenen Raum. Überall Feuer hier. Das muss sauwarm hier drin sein. Wer so Kamin kennt, der weiß, dass Kamine echt warm werden. Was ist das da? Nix. Und hier, die Notiz? Oh, nix. Welche Bilder? Familienbilder? Ist irgendwie ein bisschen bedrückt. Das ist eine Kamera. Ah, hier ist so eine Kamera von vorne. Was wir vorne gesehen hatten. Interact. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, mit irgendwas zu interagten. Da liegt auch noch ein Recording. Was liegt denn da offen? Das ist eine Hut. Hier haben wir auch eine Kamera, die den Flur filmt. Okay, wir lauschen mal rein. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass ich zu kommen wollte, aber ich sehe und höre Dinge, und ich bin einfach... Ich bin wirklich wütend. Ich will nicht hier sein. Ich will nicht hier sein. Warum bist du dann hergekommen? Eine Axt. Pick up daxt. Oder nicht? Haben wir ein Spiegelbild? Nee. Es ist mega dunkel ohne Taschenlampe, ne? Ich lasse mal lieber an. Schlafzimmer. Hier haben sie irgendwas gelesen, was ich nicht entziffern kann. Koffer. Ich packe meinen Koffer. Okay, hier ist gar nichts in den Raum anscheinend. Ein Bild, was fehlt. Und diese Axt. Diese ominöse Axt am Tisch. Sieht immer so aus, als wenn man die Sachen einsammeln könnte, weil die so ein bisschen überleuchtet sind, finde ich. Die werden so ein bisschen heftig angestrahlt von der Lampe. Aber man kann den nicht einsammeln. Genauso wie das hier. Okay, Interact. Nein, falsche. Interact. Ach, warte mal. Jetzt muss ich den gedrückt halten. Den haben wir ja auch. Wofür braucht man den? Können wir hier nochmal in den Raum gucken? Ist da irgendwas? Ah, eins. Es schlägt aus bei irgendwas. Irgendwas ist hier. Nee, da nicht. Oh, da ist ja Blut. Okay, er reagiert auf irgendwas. Ich glaube in dem Raum hier, ne? Was ist denn? Die Bilder, da irgendjemand schreit. Ist auch eine Kamera. Kinderzimmer. Wir lauschen mal rein. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Mal sehen, was passiert. Hörst du das? Ich hoffe, dass die Kamera das rauskippt. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Oh, geh weg, geh weg. Alter, was soll ich machen? Ist das normal? Rennen, rennen, rennen. Du bist tot. Etems form 3. Time of death. Nicht mal eine Stunde überlebt. Was? Wo kam der denn auf einmal her? Ah, ich glaube, wir müssen mit diesem Detektor immer gucken, ne? Und wenn der... Nee, boah. Hör mal auf, was ist mit euch jetzt mal? Ist er aber sauer. Okay. Game Replay. Ich glaube, wir müssen hiermit mit diesem Detektor immer gucken, ob er in der Nähe ist. Und dann je nachdem von ihm weggehen, ne? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Ich weiß nicht. Okay, ihr Lieben. Ich versuche es nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei The Wendigo, den wir gerade anscheinend gesehen haben. Was auch immer das für ein Wesen war. Kann man den dann hier auch irgendwo sehen? Ist schon ein bisschen gruselig. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob wir alle 10 schaffen. Anscheinend, man muss alles schaffen und dann wieder aus dem Haus entkommen. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Wir werden gejagt. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann. Bye, bye.